Und noch eins. Langsam werden wir sein Lieblings. Die gallischen Brüder sich hier in Aufwand und ich bin natürlich ein Wettbewerb. Sie haben besseres Gemach. Ich muss mit Felix reden. Wo ist Känzer? Ihre Talente wurden heute woanders gebraucht. Diesen Kampf wirst du also alleine gewinnen müssen. Was? Aber das wird schon. Noch ein Auftrag für diesen Patron? Kämpfer, die zu viele Fragen stellen, leben nicht lange. Der Beruf ist sehr gefährlich. Unfälle passieren. Ich will mich nur als würdig erweisen. Dann musst du gewinnen. Du kriegst eine Chance gegen die Brüder. Schlag sie und man wird dich bemerken. Ist Känzer wohl auf? Heiliger Anubis. Ich muss gewinnen. Oh ja. Auf geht's. Die Arena hat sich schon wieder verändert. Jetzt wird's heftig. Alle gegen mich. Alleine. Hohe Konzentration. Jawohl. Verdammt. Er hatte keine Chance. Ja, ja. Okay, erst mal zu dir. Da. Bleib da stehen. Oh. Nein. Ah. Dab. Okay. Nochmal, alles ist erledigt. Komm schon. Sag mir, was ihr drauf habt. Du nicht, Fettsack. Nochmal. Ich seh nix. Ah. Scheiß Baum. Ah. Dab nochmal, ey. Echt. Gegen drei Kämpfen ist nicht so einfach. Komm. Nein. Nein. Ah. Hingerichtet. Das war's. Ich muss gewinnen. Das wissen wir. Ist da wohl. Okay. Gleich. Gleich. Einen runter. In Richtung neu definiert. Voll in die Stachelkugel. Vielleicht kann ich ihn irgendwie in die Grube werfen. Ich weiß nicht, lange durch. Zack. Hier lasse ich dich leiden. Okay. Jetzt du. Erledigt. Koordiniert angreifen. Komm schon. Da liegt er am Boden. Naja. Komm, komm. Du Fetts in diese Grube. Fettsack. Grüß mir deine Mutter. Die Menschheit fehlt seine Partnerin. Gartnerin gar nicht. Oh. Was für ein Kämpfer. Oh. Scheiße. Es sind nur zwei. Nein, drei. Oh oh. Sturmangriff. Noch mal so ein Riech, Baby. Oh. Okay. Zack. Oh, was. Ja. Zack. Stopp. Dein Schild stützt dich auch nicht. Ich meine, schützt dich auch nicht. Oh oh. Das tat weh. Okay, kommt schon. Hier stimmt etwas nicht. Bitte versuche es gleich noch einmal. Was? Das stimmt nicht. What the fuck war das grad? Alter, jetzt hat mich das voll abgelenkt. War das im Spiel oder was war das? Krass. Okay. Egal, nochmal. Verdammt, wir müssen aufholen. Okay. Liebe Götter, das war mir so knapp. Zack. Ha, daneben. So. Ah. Wo kommst du denn her? Reiß dir die Eingeweide raus. Ja, das will ich sehen. Komm schon. Können wir mit den Baum nicht? So. Jetzt komm her. Ich schubse dich wieder in die Grube. Oder ich fahr selber rein. Ich glaub nicht. Komm schon her. Alles klar. Zack. Bam. Und nun? Guten Flug. Oder auch nicht. Egal. Was? Was? Mach mal halb lang, bam, bam, bam. Okay. Was für ein Kämpfer. Gut, aber das war auch von hinten wieder anzugreifen. Aber das war der letzte. Ah. Ah, ah. Oh, 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 oh Ich weiß, du willst es versuchen. Du schaffst es aber nicht. Guck mal, ist das dein Bruder hier? Es stimmt. Und Schiss. Okay. Na, komm her. Daneben. Siehst du zuvor? Erfolgen, Dilopolis. Sehen wir hier den nächsten Herausforderer? Ist die Krone der gallischen Brüder in Gefahr? Das gibt's doch nicht. Boah, das gibt's nicht. Wie viele denn? Weißen Sie das? Das! Ja, ja. Da! Da! Da taumelst du, hä? Ja, da. Das will ich sehen. Du wolltest mir doch die Eingeweide rausreißen. Na, da reiß ich dir alle Eingeweide raus. Und jetzt eine Parsektomie. Chef. Komm her. Groß Maul. Du bist keiner. Der Leichtigkeit besiegt ist. Hörst du da! Auch alleine komm ich klar. Ja. Tut mir leid, dass ich dich allein ließ. Und auch kann ich stolz auf dich sein. Hatte Felix einen Auftrag für dich? Für wen war er? Ich werde es dir bei Gelegenheit erzählen, Bruder. Nur so viel unsere Zukunft hat nie rosiger ausgesehen. Bayek. Das ist der ersehnte Moment. Unsere Chance auf den Umhang, Herr Meister. Felix, wartet! Hoffentlich überleben wir das. Hey, alles klar. Also, eure Chance gegen die Brüder. Ich, ich, ich wünsche euch kein Glück. Denn Glück hilft euch nicht. Aber hört mir gut zu. Zusammen sind sie einfach zu stark. So haben sie mich besiegt. Trennt sie. Trennt sie auf. Bekämpft immer nur einen. Und vielleicht überlebt ihr. Danke, Horus. Aber sei unbesorgt. Ich werde heute nicht sterben. Es gibt viel Schlimmeres als den Tod. Gut, seid vorsichtig. Er ist nicht mehr da. Und er auch nicht mehr. Habe ich ihn vielleicht besiegt? Habe ich ihn niedergeschreckt? Wer weiß. Keine Gladiatoren mehr da. Außer ich und mein Partner. Beginnen wir, Felix. Der letzte Kampf. Ihr schlagt euch gut für zwei Landeier. Eure Zeit ist gekommen. Die Zuschauer sind es leid. Desviridoviks und Jovikos. Alle Gegner mit Links vernichten. Ich baue darauf, dass ihr es unterhaltsamer macht. Und eines noch. Tötet sie nicht. Meine besten vier Kämpfer müssen leben für die Revanche. Die Gallier haben denselben Fehl bekommen. Also gut, wir werden sie nicht töten. Aber was Schmerz und Demütigung angeht, garantiere ich für nichts. Das ist der Bayek unser großer Moment. Man wird uns Denkmäler errichten und unsere Namen auf alle Tempelwände kritzeln. Wir werden verehrt. Reich und berühmt. Wir sind die Herausforderer für die Krone. Die Beschützer von FIWA. Unübertroffen. Unbesiegt. Wir sind die Gallischen Brüder. Alles klar. Alles klar. Na dann los. Ich schnapp mir den mit der Senze. Oh, was? Oh, der kommt schon ran. Gallische Hunde. Ah, du kämpfst ohne irgendeine Waffe, ja? Bist du so barbarisch oder was? Komm her. Platzkopf. Okay, jetzt komm ich. Zack. Mir gefällt ja das. Na? Was bist du denn, Fernstraumtänzer? Na, du sollst kämpfen, nicht tanzen. Ach, ah. Tammt nochmal. Das ist alles mit deinem Pfeil im Augen. Das ist echt krass. Na, komm schon. Naja. Deine Annie-Tricks kannst du auch zu Hause lassen. Capoeira bringt dir hier auch nicht bei. Capoeira bringt dir hier auch nicht bei. Okay. Wenn du so gerne tanzen gehst, landest du auch mal auf dem Boden. Auf dich. Zack. In den Rücken rein. Gut. Schlag auf ihn rein. Oh. Oh. Ja. Na ja. Ich find das witzig. Ich find auch was witzig. Dein Blut auf dem Boden nämlich. Und in dein Gesicht. Wenn ich dein Gesicht da reintunke. Tschüss. Das war der Erste. Okay, kommt der Sensenmann dran. Kleine Kinder umbringen. Das sieht euch Galia ähnlich. Zack. Los. Alleine kann der Sensenmann mit uns aufnehmen. Da geht's. Da. Da. Sehr gut. Ja. Oh. Die Rache ist genüge getan worden. Jetzt kommt nur noch der Auftragsgeber dran. Was? Die leben noch? Krokodil! Krokodil! Die gallischen Brüder sind besiegt! Für den Tod der kleinen Schradja verdient ihr den Tod! Die Spitzchen am Leichter! Was waren wir nicht? Ich schwöre! Wir haben viel Schreckliches getan, Sivan. Aber dieses Kind haben wir nicht ermordet. Ein Hoch auf die neuen Meister! Wir waren doch... Die Beschützer von Siva! Wir sahen die Soldaten das Mädchen fangen und zu Berenike bringen, zum Krokodil! Sie hat dieses Kind erträgt! Sie nahm mir ein Buch ab, ließ einen Stein an ihren Knökel binden und stieß sie ins Wasser! Wir konnten nichts tun! Deswegen bist du also zu mir gekommen, oder? Du wolltest ihren Patron! Dieses Krokodil! Bayek, warum hast du mir nicht vertraut? Ich hätte dir geholfen! Du bist Söldnerin! Genau wie die! Es war einfach zu riskant! Welches Schicksal erwartet die Gefallene? Nein! Ist es Leben? Bayek! Oder tot! Du musst mich doch besser kennen! Tot! Bayek, du kennst mich doch!